Ich habe hier den Grauburgunder 2013 von Christian Brendel aus der Pfalz, übrigens aus der Südpfalz. Auch ein Mitglied der Südpfalz Connection wird immer wieder ausgezeichnet, darf immer noch dabei sein. Da gibt es ja einige Kriterien, aber gerade eben wurde wieder entschieden, dass seine Qualitäten so gut sind, dass sie sich freuen, wenn er dabei ist. Jetzt geht es um den Grauburgunder 2013. Das müsste ein schön bekömmlicher, guter Weißwein sein. Ja, klassische Farbe vom Weißwein in Deutschland, nicht zu tiefdunkel, glänzt, schön. So eine leichte weiße Frucht, eine weiße reife Frucht, auch ein bisschen Blüte in der Nase. Also die weiße Frucht geht ganz eindeutig in die Birne rein. Eine schöne Birne, aber jetzt trocken, ja, also nicht denken, dass hier irgendwas ein Birnensaft hier ist, aber so eine leichte Note von der Birne, ein bisschen Mineralität, eine schöne Struktur, ausgewogen, ausgeglichen, sehr, sehr, sehr bekömmlich. Ja, das, was man von einem Grauburgunder erwartet und der überrascht ihn dann doch ganz am Ende noch ein bisschen mehr. Hm, er ist anhaltend, wirklich langanhaltend. Kann ich nur empfehlen, den Grauburgunder von Christian Brendel aus der Pfalz. Ich sage mal, das wird wirklich langanhaltend. Ku Vielen Dank.